fischer hast du was gefischt oder hast du nix gefischt da drin doktor drohenscheid und wir doch einfach mal nach fisch kattelfisch heck fisch sinne wie viel fett haben wir noch ein bisschen was okay naja ich hoffe dass das irgendwann alles mal verschwindet oder dass es weggeputzt wird so eigentlich wollte ich ja mal zwischendurch sicherheitshalber speichern jetzt wo wir auch das wasser drin haben ja das nächste wirklich wichtige was wir bräuchten wären der inside garbage stamp wobei ich immer noch keine ahnung hat wie wir das machen sollen man könnte auch mal meinen dass der regen das jahr ist wegwaschen würde tonue das wort being the rightful heir has inherited the position of baron of glasedance ok äh sehe ich das irgendwo wir haben jetzt einen zweiten baron juhu warum hat der gar nichts also ja ich hatte ja die tolle idee mal meinen general auszulagern hier oben hin ich glaube das machen wir jetzt einfach ich glaube das machen wir jetzt einfach ich hoffe es ist eine stein ach quern sind mühlen steine wir hätten noch ein bett aber wir brauchen noch andere sachen wir brauchen noch mehr querns und export von figuren ist prohibited und wir brauchen mehr pigtail was haben wir denn noch so an pigtail bisschen cloff bisschen cloff und das war's ok achso du bist noch bei prozessen von plants gut und wie viel fett haben wir jetzt eigentlich noch nur mehr als genug so dann machen wir mal mehr Potash Fischer fischt Fischer fischt Fischer fischt hier draußen habe ich nicht äh das ist natürlich auch ziemlich interessant die mal Places anzusehen äh aber ich wollte hier ja nicht prefer sondern only bitte in Zukunft die die unzufriedenen leute nehmen auch langsam ab und 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 ich würde halt gerne meine Fischer sehen wie sie da drin noch was rausziehen nur noch store item im barrel habe ich nur einen Fischer Fischer habe ich zwei drei ah hier ach der fischt auch hier oben und ja das kann ich mal wieder ausmachen masterpiece wurde gekocht store item barrel und du machst prepare wolf fisch okay das ist halt praktisch dann tun sie gleich die Fische die sie die sie gefangen haben gleich zerpflücken ja die sind beim spammen was wann haben wir kein trinken mehr wann haben die das alles versoffen meine güte so ich brauche vier türen ich mache acht türen dann kann ich nämlich hier auch gleich türen einziehen ein bett haben wir schon also rock door brauche ich acht habe ich gesagt mal kurz hier unten Referenz nehmen was haben wir alles Bett habe ich schon ich brauche mindestens wie viel koffer zwei koffer und ein cabinet rock koffer brauche ich zwei dann brauche ich rock armors stand rock weapon rack rock table brauche ich zwei rock throne brauche ich drei rock 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 statue mach mal zwei so rock 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 Na, nicht gut. Na, nicht gut. Ich meine, wir hatten mal so viel trinken, dass wir es nicht mal richtig storen konnten. Und jetzt haben wir fast nichts mehr. Was zur Hölle, ey. 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 Ja, und das hier sind... Aquariumbushes müssen wir nicht unbedingt fertilisieren. Aber hier... Die Pigtails... Sollten wir auch ein bisschen fertilisieren. Backs bräuchten wir auch mal... Backs bräuchten wir auch mal wieder welche. Also hätte ich auch mal... Also hätte ich auch noch mal... So, wie sieht's hier oben aus... So, wie sieht's hier oben aus... So, wie sieht's hier oben aus... Ja, wir müssen irgendwie durch den Winter kommen. Ja, wir müssen irgendwie durch den Winter kommen. So, wie sieht's hier oben aus... Ich kapier' echt nicht, warum hier jetzt auf einmal so viel Blut ab... So, wie sieht's hier oben aus... Use any gloves... Collect wraps... Clean fish... Ja. Automate kitchen and tennery. Hauling Worker safe here and Worker safe other Sieges Das können sie machen Ja Aber cleaning tun sie irgendwie nicht Okay Gut Es ist jetzt mal wieder an der Zeit Zu speichern Das heißt save and return to title Und dann ist es erstmal wieder ein Cut angesagt Also bis gleich